Musik 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 Where is he? He's gone What if he comes back? So, willkommen zurück, liebe Leute, zu einem weiteren Part von The Walking Dead. We need to find the others. We can't go outside. Clementine, Sarah, you were with Nick, right? We gotta go find him. A man was here. What? What did she say? A man was here. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. But he opened the door. He just came in. She's telling the truth. Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. Damn well who it was. Why do you care so much? Excuse me? Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Whoa, keine Ahnung. He had a big brown coat. Did he have a lining? A collar? Yeah. He talked about you, Dad. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know. Which is why he's not gonna do anything crazy or not nice, right? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. What do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Pictures of you. Pictures of me. I took the picture. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around. But he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! We have to leave now, sweetie. Before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get a picture. Where are we going? Anywhere but here. In the mountains maybe. Okay. Clem, I don't know what he told you. But William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here. And he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you. But now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Okay, I trust you now. We have to find Nick on our way out of here. You know where he was, right? Yeah. Alright. Everybody grab your stuff. Let's go to the road. All right. Let's see what the second episode is for us. You said it was just up here? Yeah. Just a little way. My plan. Sorry, I can't go back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. It's okay. If it's not you I'm yelling at lately, it's Alvin. And then I'm in real trouble. I can handle it. I'm not a little kid. I felt the same way when I was your age. My dad was always giving me shit. And I always thought, he didn't know a damn thing. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call him. Or him if that made his wish. Can't help me. Anything that is? Clem? That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Oh fuck. Jetzt bin ich gespannt. Ich sag, er ist tot. Aber drinnen ist immer noch zu, ne? Aber der ist dann bestimmt verdurstet oder so. Oder ertrunken im Wodka. Geh die Tür. Alles klar. Ich geh die Tür. Ich halt sie auf. Du gehst rein. Scheint leer zu sein. Okay, der schläft aber nur, oder? Weil da ist doch jemand reingekommen. Wie soll da jemand reinkommen? Ganz ernsthaft. Okay, irgendwie geht's gut. Wäre er vielleicht anders verlaufen, wenn wir ihn mitgenommen hätten nach draußen. Dann wäre er vielleicht tot. Deswegen können wir sagen, alles gut gemacht. Erstmal ne Männerumarmung. Wir müssen gehen. Okay, Carver's Gang, shut up. Kannst du es machen? Ja. Ja. Gut, los geht's. Hey Clem. Hey Clem. Ich wollte nur sagen. Du warst recht. Ich bin sorry. Next time you should listen to me. Ich bin sorry. Wir haben halt immer erreicht. Wir sind ein kleines, schlaues Mädchen. Schlauer als alle hier zusammen. Plus dem Baby. Oder es wird wahrscheinlich schlauer als jeder von denen zusammen. Ähm, ja. Er wurde getrunken. Ich hatte Angst. Ich bin mir über das Kind. Ich bin mir über das Kind. Ich bin mir über das Kind. Du wirst einen Blick auf ihn, würde ich? Du bist sicher, dass du noch mit uns gekommen bist? Ach ja. Ich weiß, dass wir nach einer ROUGH Star sind. Und wir können nicht machen, dass es nicht mehr ROUGHer werden wird. Ja, ich bin mit euch mit euch. Und wir sind glücklich, dass du dich haben. Nicht alle sind. Na ja, sie werden da. Ich finde, wir haben ungefähr vier oder fünf Tage zu erreichen. Jetzt, wenn sie uns beobachten, wir sollten ihn dort verlieren. Fünf Tage? Es wird okay sein, Bec. Wir müssen jetzt weiter gehen. Das ist unsere einzige Chance. Wo so eine Brücke ist. Ganz ehrlich. Hätte ich mega Bock drauf. Guck mal, wie erschöpft alle sind. Aber... Darüber nur noch. Dann Sprengladung legen. Auf die Brücke. Brücke sprengen. Und du bist für immer sicher auf der anderen Seite. Einmal geiler Plan von mir, oder? Weil jetzt kann ich noch ein bisschen reden. Weil ansonsten kann ich nicht so viel reden, wenn die immer dazwischen labern. So wie jetzt. Ähm, ja. Guck mal, hier sind so... Oh, da ist ein Haus. Genau. Ein Schraubladung? Es muss sein, das Skierresort. Ich habe... niemals skiern. Bec und ich ging mal. Es war nicht schön. Ja. Es liegt kein Schnee da. Es ist groß. Wo ist das Haus? Ähm, ja, jein würde ich behaupten, oder? Das war's, ne? Oh, da ist auch noch kein Haus. Ja, nicht da. Kleiner, ne? Aber klein kann auch gut sein. Ja. Also, ich bin für das große Haus. Obwohl das kleine Haus auch ganz gut ist. Wir sind über das Ding. Wir sind da draußen, wir werden da draußen gehalten. Gehen nach dem Meer wird zu lange dauern. Genau. Aber wir haben keine Ahnung, wer da draußen ist. Ich werde überraschieren, und sicher, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe bringen. Du denkst, das die Gruppe zu verraten ist eine gute Idee? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist besser als zu riskieren, dass alle alle zu einmal. Was ist Ihr Plan? Kleiner und ich kann überraschieren, und sicher, dass niemand auf uns auf der anderen Seite warten. Wir haben eine schwierige Zeit, mit dir zu verraten. Wir werden einfach zurück, wenn es zu verraten. Kleementine sollte hier bleiben bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur ein kleines Mädels, Luke. Ich kann das tun. Schau? Keine Probleme. Es wird alles gut. Wir sehen uns zwei in zehn Minuten. Wir sehen uns eine Lichtung auf der links. Ich kann auch. Du bleiben mit der Gruppe. Ich bin gut, Luke. Ich mag das nicht. Ja, wenn du letzte Mal hast, was du alles gefällt, Carlos? Wenn etwas passieren, werde ich dich überraschieren. Komm schon. Ja, das wirkommt immer gut klar, auf jeden Fall. Das sollte kein Problem sein. Liebe. Ja, kannst du mal sehen. Family ist für mich das Wichtigste. Aber... Ja, 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 ja. Nochmal um ins Haus zurückzukommen. Okay, ja, we all in the middle of it. Ja, ja. Okay, da sind Walker. Ah, das ist so eine Zugbrücke, oder wie? Also keine Zugbrücke, sondern eine Brücke für einen Zug. Ähm... Okay, dann machen wir das doch mal. Ich wusste nicht, was wir machen sollen, als ich... Äh... Okay. Ich nehme das kleine. Gut, lass uns das machen. Oh Gott. Wenn das nicht falsch war, die Entscheidung. Ja, mit dem Hammer. Machen wir das schon. Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Bäm's! Ho! Ho! Ja, komm! Zieh, Mädel! Gib uns einen guten Pull. Hör dir frei. Ich weiß. Ich hab das vorher gemacht, weißt du? In einem Schaden. Oh ja. Als ihr uns... Als ihr mich eingesperrt habt. Achso, wir müssen... Äh! Was? Achso. Nach da. So. Und... Öh! Nach da. Gut. Alter. Wie schlägst du hier auf den Rücken? Jetzt mal ganz ernsthaft. Kann ja nicht sein, ey. Puff. Hammergeil, ey. Ja, aber nochmal kurz. Ich will das große Haus haben. Ein großes Zimmer, ein großes Bett. Ich glaube, das passt ganz gut. Das kleine Haus ist mir... Ist zwar kompakter, kann man es vielleicht leichter verteidigen. Aber... Es ist sofort an der Brücke. Und ich würde immer nach oben laufen. In die Berge. Weil dann ist nämlich die Truppe von dem Typen schon K.O. Ich muss schnell reden, denn ich habe nicht viel Zeit zu reden. Dann gleich geht wieder die Party hier los. Und dann kann ich nicht reden. Ich will reden, meine Güte. Warum muss ich immer Spiele spielen? Oder was heißt immer? Warum nicht Spiele spielen, wo ich nicht reden kann? So. Genug geredet. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Höh. Okay. Ähm. Hinten könnte jemand aufpassen. Ach guck mal, der hat ganz ganz schwache Arme. Der hat ganz ganz schwache Arme. Den hinten bekommen wir auf jeden Fall. Er hat richtig schwache Arme. Komm. Den hole ich mir. Ähm. 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 Alter. Okay. Okay. Komm. Nee, das geht nicht. Wir fangen an. Wir fangen an. Wir fangen an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Spine. Oh, wie ich nicht treffe. Coo. Ehh. Alter Fallerino. Das war aber knapp Nach rechts, nach links Natürlich Kein Hammer mehr, egal Nach unten Cool, es passt schon Ich kann meinen Ringfinger, den muss ich besser trainieren, auf jeden Fall Ich muss Einzeltraining machen Für meinen Ringfinger, auf jeden Fall Für die Zukunft, nach links Hammergeil, jetzt ist die runter Komm, schuss ich mir die runter Was, 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 nimm es Alter, war das knapp Das war richtig knapp gerade Ich wusste nicht, was ich machen soll Ich hätte keine Ahnung, was ich tun soll Nochmal Mädel, Clementine, Kuh Alter Und E Ja, Hammergeil Ohne zu sterben sogar Alles safe, wir retten unseren Luke hier Ich höre noch jemanden Ich höre noch einen, ich höre noch einen Ah, der ist da unten, der, okay Ja, komm Erstmal Erstmal dich Bevor wir den anderen irgendwie versuchen Geil Ich habe kurz überlegt, ob ich den anderen erstmal runterhauen soll Aber ich glaube, das war ganz gut so Weil der andere ist unten eh gefangen Und ich muss ja nicht schreien Ich schreie immer so laut, ne Ich kann eigentlich ganz sanft drehen Mit meiner Engelsstimme Jetzt keep going Und das würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt Jetzt Wunderbar Einen kleinen Cut zu machen Und zu sagen Dass wir uns morgen wiedersehen bei der nächsten Episode Hauen sie rein Bis morgen Dann erklimmen wir das Haus Und übernachten da Machen sie es gut Bis danne Denne Bup bup Tschüss